Musik 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 Wie ging es dir? Ja, eigentlich ganz gut. Ich bin gestern im Trainingsmarathon gerannt. Wollte heute eigentlich auch mal den Rennen. Aber dann war es ein bisschen kürzer. Und ja gut, am Schluss waren die Beine schwer. Dann hat er mich hier geschnappt. Und dann konnte ich auch nicht mehr... Es war eher ein Trainingslauf, aber na gut, er war schon stärker. Also selbst wenn ich gewolltet, hätte ich nicht vorbei können jetzt am Ende. Hat mich bei zwei Kilometer vor Schluss oder drei Kilometer war es vor Schluss geholt. Ja, also, kurz vor, also drei Kilometer vor einem Ziel erst der Countdown. Jawoll!